Herzlich willkommen bei Energy Unplugged. In unserem letzten Video haben wir uns angeschaut, wie die eigene Energieversorgung funktioniert. In diesem Video tauchen wir ein in die Welt der Hausbatterie und des EcoFlow Power Oceans. Bereit? Los geht's! Warum sollten Sie überhaupt über den Einsatz einer Hausbatterie nachdenken? Ihre PV-Module erzeugen Energie, Sie erzeugen Unabhängigkeit. Das tun Sie aber nur, solange die Sonne scheint. Wenn Sie aber Ihren solaren Überschuss, den Sie tagsüber erzeugen, in einer Hausbatterie speichern, dann können Sie sich auch nach Sonnenuntergang autark versorgen. Sie machen sich unabhängig und Sie sparen Geld. Aber wie entstehen diese finanziellen Vorteile? Auf der einen Seite sparen Sie einfach beim Strombezug. Alles, was Sie produzieren, braucht Sie nicht kaufen. Auf der anderen Seite geht der Strom, den Sie nicht nutzen, automatisch ins Netz und wird mit einer fixen Einspeisevergütung bezahlt. Durch dynamische Stromtarife ist es heute mit EcoFlow schon möglich, Ihren Speicher aus dem Netz zu laden, wenn der Strom günstig ist. Und gerade im Winter dadurch eine Einsparung zu erzielen von bis zu 50 Prozent für Ihren Reststrom. Und in Zukunft wird es möglich sein, durch eine dynamische Einspeisevergütung, dass Sie die Batterie ins Netz entladen, wenn der Strom teuer ist. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Amortisationszeit auf bis fast zur Hälfte zu reduzieren. Grundsätzlich kann man mit jeder Hausbatterie Geld sparen und grundsätzlich macht jede Heimbatterie unabhängig. Aber der EcoFlow PowerOcean hat noch ein bisschen mehr. Über die dynamischen Stromtarife haben wir schon gesprochen. Aber er hat auch noch einige mehr Features, die wir uns jetzt anschauen möchten. Der PowerOcean ist ein modulares Energiespeichersystem, bestehend aus einem Hybridwechselrichter, Batteriemodulen. Jedes Batteriemodul hat eine Gesamtkapazität von 5 Kilowattstunden und ich kann jederzeit erweitern von 5 auf 10 auf 15 bis zu 45 Kilowattstunden Gesamtkapazität. Schauen wir uns die Batterie des PowerOcean noch einmal genauer an. So ein Batteriemodul ist komplett elektrisch autark. Das heißt, da gibt es keine Beeinflussung der Batteriemodule untereinander. Und das bedeutet, dass ich jederzeit auch nach Jahren Batteriemodule ergänzen kann, miteinander kombinieren kann und dass sogar im Ausfall eines Batteriemoduls die restlichen Module genauso weiter funktionieren. Die Batteriemodule des PowerOcean bestehen aus LFP-Zellen. Die LFP-Technologie hat gegenüber der bisher verwendeten NMC-Technologie den Vorteil, dass kein Kobalt verbaut wird, dass die Zyklenfestigkeit und damit die Langlebigkeit der Batterie deutlich größer ist und dass die Zellen grundsätzlich sicherer sind und somit die Wahrscheinlichkeit eines Brandes der Batterie nahezu null ist. Damit sie genau null ist, haben wir solche Feuervermeidungsmodule in jedem Batteriemodul verbaut. Diese funktionieren unabhängig von der gesamten Steuerung automatisch und sorgen dafür, dass bei Temperaturanstieg auf über 170 Grad Aerosole frei werden, die einen Brand wirkungsvoll vermeiden, bevor er entsteht. Neben der Wetterbeständigkeit haben wir auch dafür gesorgt, dass die Batterie draußen im gesamten Temperaturbereich funktioniert, auch bei niedrigen Temperaturen mit voller Performance. Dies erreichen wir mit in jedem Batteriemodul integrierten Heizmodulen, die dafür sorgen, dass die Batterie immer im optimalen Temperaturbereich betrieben wird. Ein letzter, aber nicht unwichtiger Grund für die Entscheidung zum PowerOcean ist, dass der PowerOcean eingebunden ist in ein Energieökosystem, das sie zu Hause als System mit Strom, Wärme und Mobilität versorgt. Dieses Ökosystem ist mit einer einzigen App zu bedienen, wo sie auf der einen Seite in Echtzeit überwachen können, was ihr Ökosystem gerade macht, was der PowerOcean einspeist, was der Ertrag von ihrem Dach ist, wie die Wärme zu Hause erzeugt wird und so weiter. Auf der anderen Seite, wo sie individuelle Einstellungen vornehmen können und wo sie durch Automatisierung verschiedenster Funktionen im System ihre Energiekosten noch weiter senken können. Warum ist also der PowerOcean eine gute Wahl für Sie? Er macht Sie unabhängig vom Energieversorger. Er funktioniert in einem Ökosystem, was Sie gesamtheitlich energetisch so automatisiert, dass Sie größtmögliche Einsparungen haben. Er ist modular, er wächst mit, er ist jederzeit erweiterbar von 5 Kilowattstunden auf 45 Kilowattstunden, wann immer Sie wollen. Und er ist sicher, er ist robust gebaut, er ist wasserdicht gebaut, er funktioniert bei Regen, Wind, Sonne und bei jeder Temperatur, die Sie sich denken können. Er beinhaltet sogar ein Feuerpräventionsmodul. Und schließlich ist es ja einfach zu bedienen, mit einer einzigen App im System weitgehend zu automatisieren. Sie müssen sich um nichts kümmern. Ihre Energiewende zu Hause funktioniert automatisch. Die Einsparung für Ihren Geldbeutel ebenfalls. Und Sie tun Gutes für sich und die Umwelt. Das war's für dieses Video. Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Vorzüge unseres Power Ocean ein bisschen näher bringen. Im nächsten Video geht es dann um unsere Wärmepumpe Power Heat. Bis dann und bleiben Sie neugierig.